und damit herzlich willkommen zur let's play starsand am letzten mal durften wir unglaublich lange warten bis dieser arsch wieder vorbei gekommen ist und der regen hat aufgehört die fps brechen immer mal wieder ein bei dem spiel aufgehört aufgehört unter den fern aufgehört ab 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 So, jetzt gucken wir mal, dass wir das Vieh erledigen. Ach, warte mal, ich glaube, ich brauche diesen Anzug tatsächlich. Denn ich glaube, ich muss das über Nachtsicht, muss ich über Nachtsicht dieses Scheißvieh, ja, ich glaube, man sieht dieses Prisma. Fällt mir gerade so ein, auf das ich dann ballern muss. Müsste gleich wieder kommen. Ich meine, hier müssten eigentlich noch größere Viecher gewesen sein, ich weiß nicht genau. Ey, die Falle ist komplett. Verdammt, ich hätte mal schauen müssen, wie lange das dauert. Bis das Vieh wieder kommt. Getötet haben sie eins der Viecher ja schon mal. Ernsthaft? Okay, irgendwie klappt das nicht so richtig, aber ich habe es verletzt. Ich muss auf jeden Fall, ich muss vielleicht einfach mal von oben werfen. Ich muss vielleicht wirklich einfach mal von oben werfen oder ich scheiße jetzt einfach mal kurz drauf und ich warte jetzt einfach mal hier kurz. Vielleicht wirklich von oben werfen. Durch das Verlege habe ich jetzt auch nicht viel gewonnen. Ich weiß nicht, verkrüpple ich das Vieh dann oder was passiert dann mit dem? Ich glaube, ich muss aber wirklich von oben werfen. Das war glaube ich dabei, oder? So schlau war ich. Gott sei Dank wenigstens das. Jetzt dürfte es noch nicht kommen. Oh nein. Nein, das habe ich verpasst. Ich bin so ein Idiot. Jetzt habe ich drüber. Jetzt habe ich drüber. Ach komm schon. Oh nee. Oh nee. Okay. Okay, kommt jetzt nochmal. Scheiße. Ach komm jetzt mal. Ach, ich glaube das war der schnellere Rückweg. Was? Ach Mist, wartet. Ja. Wenn das Vieh zurückläuft, dann hole ich es dann. Ich dachte echt, man muss den Sender aufstellen, dass es wieder noch angelaufen kommt. Ich warte jetzt mal eine halbe Minute und renne nochmal in die Mitte, weil dann müsste es zurücklaufen. So. So. Jetzt kommt es gerade her. So. Untertitelung des ZDF, 2020 Dann gucke ich mal, wie viel Zeit ich nicht war, bis es... Wo waren das jetzt? Da vorne war es Okay, auf diesen Vorsprung muss ich Ah, okay Mann, ist das jetzt ein Gefriemel Ich dachte, da kommt es von rechts Ich glaube, das Vieh wird nicht wirklich gespeichert, sondern wird an einem Punkt immer wieder gesetzt Kann das sein? Ich kann es euch nicht genau sagen Ich will einfach nur, dass ich zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle bin Da ist es Okay, so... Okay, so... Okay... komm schon okay okay wird einmal explodiert eine kokosgranate direkt daneben explodiert ist vollkommen okay aber ja das verstehe ich jetzt nicht ich muss sie einfach ein stück weit runter gehen vielleicht berechnet das nicht richtig also die granate ist nicht okay die granate lässt das natürlich nicht explodieren wenn ich habe mit dem ding drauf schließen das ist cool ja computerspiel logik die bereiche scheint nicht sauber also entweder bin ich blöd oder das ding ist nicht sauber programmiert ist beides möglich wahrscheinlich bin ich blöd ja die verteidigung ist eigentlich scheiße in diesem zustand 20 prozent zu 80 prozent ist halt ein normal unterschied ja 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 da ja ja Endlich. Wir haben den Schlüssel. Und sind hier am Ende da. Habe ich noch einen? Ja, einen habe ich noch in Unterstand. Was für eine Wohltat. Ah, dieses Vieh endlich mal tot zu wissen. Ich dachte, dafür gibt es eine Schiefe, aber anscheinend nicht. Scheiß auf die Granate. Ich brauche das hier. Was wohl passiert, wenn man das Vieh... Wahrscheinlich kann man es sogar nicht töten. Man muss wirklich erst dafür sorgen, dass es da... Ich weiß nicht, aber Gott, was ein Scheiß jetzt. Okay, wir haben noch ein paar Krupe die Leier zum Essen. Wir haben noch ausreichend Wasser. Wir können diesen Bereich ja endlich verlassen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir das Nest jetzt gleich verbrennen. Aber sollten wir auf jeden Fall machen. Dann sollte ich vielleicht aber auch nochmal in diesem Bereich, wo das eine Vieh unten ist. Einfach nochmal, um zu schauen, ob das da jetzt immer noch ist. Oder ob das jetzt weg ist. Ob es hier eine weitere Brutmutter gibt. Gut gemacht habe ich es. Ich habe doch eine fucking Facke. Darf ich sie nicht ausgerüstet haben, vielleicht? Was denn für ein Gegenstand? Hä? Brauche ich da jetzt nochmal nachkommt? Verarscht mich doch nicht. Das ist... Ich renne jetzt mal zurück und hole mal... ...nochmal das Öl. Ich habe es zurückgelassen, weil ich dachte, ich brauche es nicht mehr. Ach, was für eine Scheiße, ey. Ich habe doch das scheiß Öl drauf gemacht. Brauche ich da jetzt Fackel und Öl? Ich habe das halt extra zurückgelassen, weil ich gedacht habe, oh, passt so. Und dann brauche ich jetzt nochmal für jedes Ding nochmal extra Öl. Packst Öl drauf und brauchst nochmal extra Öl, um es abzufackeln, weil das wäre dann wirklich ein richtiger Abfack. Also, dann wundert es mich auch nicht, dass keiner darauf Bock hatte. Also, dann warte ich mich auch nicht mehr. Vielen Dank. Gibt es jetzt Vergeltungsmaßnahmen? Ah, okay, ich wollte gerade sagen, dass ich mir das nicht mal nachladen. Ne, wollte ich nicht sagen, ich wollte gerade sagen, was ist hier los, ist so anders. Da komme ich wahrscheinlich, so wie es aussieht, nicht drüber, ich habe nicht gespeichert. Hey, aber der ganze Dampfbund ist weg. Das könnte ich direkt abhauen, aber jetzt würde ich dieses scheiß Nest auf jeden Fall noch kaputt machen. So geht es viel, viel einfacher. Wow, wo komme ich jetzt raus am Eingang, oder? Glaube ich, ich glaube, das war ein direkter Weg zum Eingang. Alter, was war jetzt los? Eine Alpha-Wand? Ah, genau, kann ich hier rüber. Nur für das bisschen Schwefel hier, damit ich noch eine Chance habe, was zu bauen. Äh, Lehm, ja, danke. Ernsthaft? Habe ich schon mal erwähnt, dass diese Welt nicht so gut designed ist in manchen Bereichen. Also schauen Sie sich jetzt mal我們 bis zum Eingang. Eher fingerlets in der Zuschauung. Ins Ind Requ foundation. acordo Sie genau diese Welt nicht so gut? was war das jetzt ich habe gerade nichts gedrückt ich wurde einfach runtergedrückt ja das wäre jetzt wieder ein tod gewesen okay da war nicht lang einfach runtergedrückt ich muss echt noch mal den weg zurücklaufen weil wahrscheinlich fehlt wenn das öl jetzt nicht das ist was ich brauche dann sage ich einfach mal leckt mich leck ich spiel weil ich weiß dann auch nicht was ich noch machen soll besitzt den erforderlichen gegenstand nicht aber ich wüsste gern welchen weg ja 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 was machst du o das überrascht mich gerade aber ich glaube das ist noch von dem einen erdbeben wurde angesagt wurde dass die kommen jetzt bin ich wieder hier oben habe ich echt noch eine runde laufen aber ich will jetzt eigentlich nach möglichkeit das scheiß ist noch verbrennen wenn ich schaffe trotzdem fühle ich mich echt verarscht also wenn das mit dem öl wie gesagt es nicht klappt dann sage ich einfach ist mir egal weil dann weiß ich jetzt auch nicht was noch fehlt moment was dahinter genau da muss ich hin da muss ich echt den weg hier rundherum laufen du läufst den weg einmal rundherum und da hinten wieder hoch zu laufen schnauze nütze die fackel um die er so ok eine runde noch und wenn es da nicht geht dann haue ich einfach diesen scheiß planeten ich wurde immer noch dass mich keiner so gesucht hat anscheinend ich dachte schon dass wir die ricks irgendwo hier war doch diese eine stelle von der ich gesagt habe es könnte kleines geheimnis sein dass der eingang ich sagen das ist so was anderes aber das war gar nichts davon hier war das doch oder aber ich glaube nicht dass man da irgendwie rüberkommt hier an diesem baum genau das ist kein geheimnis das ist der anfang nehmen das ist nicht der anfang ist aber nur der bereich da drüben gut habe nichts gesagt nächstes hätte ich da drüben speicherstand waren können hätte ich einfach ausprobieren können ob ich damit weiterkommen ist jetzt so wie es ist ich meine das ist ja alles cool hier dass man so rundum laufen kann aber es ist halt so scheiße wenn du einfach vergessen hast musst du den ganzen kack weg noch ein auto was hier ja ach scheiß drauf du musst halt den ganzen weg noch mal laufen und den laufen jetzt zum dritten vierten mal ich weiß es nicht hätte aber nicht die richtigen ressourcen dabei hattest und das ist halt super nervig aber der schaden hier ist halt extrem ein bisschen regnen ist nicht verkehrt ein bisschen Ja, 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 ja. Nein, das war ein Fehler. Aber wir haben es geschafft. Staffel 60 geht drauf. So, die Kanappa-Pflanzen sind jetzt eigentlich fast... sind sie schon nachgewachsen? Ach, die roten. Hatte ich nicht noch ein bisschen Öl? Wo habe ich das hingepackt? Moment, hatte ich gar kein Öl mehr? Ich hatte doch noch was übrig, oder zwar nicht? Okay. Okay. Okay, dann mache ich jetzt einen einfachen Versuch. Ich glaube, ich verpisse mich einfach. Also, ich stelle jetzt mal die Sprengpfeiser daneben und guck mal, ob ich es da mal in die Luft kriege. Wenn das jetzt nicht abfackelt, also ich dachte, ich habe noch mal Öl da. Oder zweimal, ich dachte, ich habe zwei Öl übrig. Dann werde ich die Kokosgranate und stelle die Fässer dahin. Und wenn das nicht brennt, dann scheiße ich einfach auch darauf, dieses Nest zu verbrennen und hau ab. Ganz ehrlich, das geht mir so langsam so richtig auf den Keks hier. Oh, ja, oder so. Ja, ich bin tot. Ja, ja, ja. Auch blöd, dass man da nicht einfach sagen kann, ich lade direkt. Ich heile mich jetzt am besten gleich. Einfach mal so, dass ich nicht gleich drauf gehe, wenn er sich ein Knöchel verstaucht. Ach, das war falsch. Ich weiß nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Geht nicht. Also die Luft sprengen geht, platzieren geht nicht, klaro. Hä? Mit einfach rennt's doch? Hä? Äh, okay. Ach, egal. Ich freu mich jetzt einfach, dass es funktioniert hat. Dann verpisse ich mich jetzt. Aber das verstehe ich jetzt auch nicht. Ich habe das davor schon mal mit der Fackel versucht. War ich nicht in der richtigen Position? Ich glaube, jetzt fehlen auch nicht mehr viele Errungenschaften. Es fehlen auch alle Rezepte zu kochen, was ich eigentlich gemacht habe. Äh, das Portal verlassen, aber das Karabeen zu finden, glaube ich. Ich glaube, so viel mehr ist es nicht. Ich verpisse mich jetzt einfach. Ich habe jetzt echt gedacht, ich brauche noch mal, noch mal ein Öl. Ich habe jetzt nur kein Wasser mehr, das ist wiederum schlecht. Ja, das ist nicht nur schlecht, das ist super schlecht. Ich habe auch nur noch halbes Wasser. Mit den Verbänden kann ich zwar noch ein bisschen was machen, aber auch nicht endlos. Da kann ich kurzzeitig überprüfen, aber wirklich noch ganz kurzzeitig. Ich muss jetzt ganz schnell das Wasser finden. Ja, lieber von da vorne. Ja, von da vorne. Ja, aus der hose. Ja, so gekochtes Ei bringt leider nicht so viel Leben zurück und auch kein Wasser. So und von hier müsste ich es ja eigentlich schaffen, oder? Da hoch zurück zu springen, vielleicht aber auch nicht, ich weiß es nicht mehr. Boah, er hat draufgegangen. Mir geht halt echt das Wasser aus. Also ich muss da schnell rüber. Da hätte ich schon mal die zwei wichtigsten Sachen hier erledigt. Ich hätte das Vieh getötet, ich hätte das Nest verbrannt. Dann kann mir der Rest da hinten gepflegt am Arsch vorbeigehen. So. 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 How. So. natürlich habe ich da keine chance mehr ernsthaft das ist doch richtig beschissen ja halt die fresse was kein wasser mehr ich muss noch eine runde laufen ich brauche das wasser das komme ich habe so lange da drüben gebracht so ein rotz dann nehme ich halt noch mal eine runde nur weil ich jetzt keine ausdauer mehr hatte ok das ding wird trotzdem abgefackelt das mache ich jetzt noch ja oder hatte ich das jetzt schon weil dann glaube ich direkt zurück sind echt eine ehrenrunde rin kann sein dass danach gespeichert hatte ok ich habe gespeichert das heißt ich du kannst halt nicht einfach speichern laden das ist so doof aber ich glaube das war bei zum piercer auch so einer konnte wenigstens nach dem tod laden so 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 das kriegt mir nichts darüber springen ich brauche man wollen ich brauche vollen wasserschlauch sonst komme ich nicht zurück aber ich bin schon mal froh dass die wichtigsten sachen jetzt gemacht sind jetzt muss ich nur noch nach hause schaffen ich glaube das macht das spiel will ich glaube ich beendet das spiel jetzt einfach mal ich hoffe einfach mal dass sebastian noch da ist wenn ich zurückkomme ja 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 Ja. ist dass sie enthält halt noch aber ich hätte nur einen schluck wasser mehr gebraucht dann wäre es kein problem gewesen aber so ist es halt manchmal hängt dann an kleinigkeiten mal nicht hier runterfallen ja ich schlafe jetzt mal kurz welche dünen kämmer ich bin im felsgebiet ich schlafe jetzt wo ist eigentlich 8 die axt habe ich noch aber nicht irgendwo war das leder ok ich Mango wäre zwar ganz nett, aber... Ich muss eh noch kurz ein bisschen Leben generieren... Kack Skorpion! Ja, diese Komponenten brauche ich eigentlich nicht mehr... Dann trinkt man noch mal, speichern und verpissen uns aus diesem Tal! Schnauze! Was soll der Scheiß? Schnauze! 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 So, der Anzug hat gut Energie. Wir haben gut Zeug, ich würde es dann einfach nochmal regnen lassen, tatsächlich, bevor wir abhauen, weil ich einfach nur wissen will, ob dieses Ding da vorne sich da mit Wasser gefüllt. Schaut, dass ich diesen Regenmacher nicht draußen bauen kann, das wäre richtig cool. Schaut, dass ich den Regenmacher nicht draußen bin. Es ist fast besser, wenn ich unten lang renne, wenn ich so drüber nachdenke. Habe ich den Speer nicht mal gebraucht? Ja. Ich hoffe, der liebe Sebastian wartet draußen auf mich. Musik ist abgebrochen, warum? So. Wie gesagt, hier gibt es halt die Ressourcen, aber es gibt halt nichts. Das Öl hätte auf jeden Fall gefehlt. Ich hätte hier nicht alles platt machen können. Das ist nur die Frage, gibt es hier noch irgendwas jetzt, wo alles kaputt ist? Also diesen ganzen Schleim hier. Das müsste aber ja zur Folge haben, dass die Viecher wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob nur die große, das große Vieh Eier legt, weil sonst wäre es ja eigentlich so, dass die hier auf diesem Planeten auf jeden Fall aussterben müssten, wenn es keine weitere Mutter gibt. Und keins von den kleinen Viechern irgendwann zur Mutter wird oder doch Eier legen kann. Ich glaube, ich packe erstmal die normalen grünen Blüten rein. Wie es mich auch immer wieder kriegt, dass ich denke, oh, ich bin gleich raus. Sieht für mich dann immer erstmal aus, als ob ich an dem Punkt bin, an dem ich weg bin. Das ist doch nicht der Anfang da, oder? Ich glaube auch nicht, dass ich das schaffen würde. Ich glaube nicht, dass das der Anfang ist. Könnte das der Anfang sein? Könnte ich da hinkommen? Nein, keine Experimente. Ich bin mir gerade echt unsicher. Ja, was, jetzt kann ich es mir erlauben, jetzt habe ich genug Wasser. Vielleicht ist es wirklich eine Abkürzung, aber ich bin mir da gerade echt unsicher. doch, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Da ist doch auch irgendwas. Okay, folgendes. Da weiß ich ungefähr, wo das ist. Vielleicht habe ich ja eine Chance, was zu finden noch. Was außergewöhnliches. Na, hier dürften die Viecher nicht kommen, weil wir können sich rein hier nicht hin begraben. Und dann, wenn ich das Ganze mache. Ich bin mir da, wo das ist. 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 Ich bin mir da, wo die Mühe, weiter. Und dann, wenn man auch da noch einen, wo das ist. Ich bin mir da, hier extraordinär. Ich bin mir da, wo das ist. ifuu, Gina's kannst du? Get Cristo. Floridaederтаки 이야 Fabian B duch last schadet nicht da ruhig so ein bisschen leben zu geben es ist ja eh so faszinierend sobald es mal regnet das wiese in der wüste abgeht mit einmal was war das jetzt gott so 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 Das ist schon gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Ich darf es mal platzieren, aber irgendwie auch nicht. So, Sebastian, bist du noch da? Ja. Doch, jemand? Verpissen wir uns. Ja. Ich will nicht suchen, aber ich habe keine Lust darauf jetzt. Und auch später nicht. Also, ich will einfach nur Stasein beenden und dann ist gut. Gut. Es waren jetzt aber noch echt viele Gegner. Da wäre die Rüstung besser gewesen. Schon ein bisschen gemein, dass die jetzt von allen Seiten kam. Ja. 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 Aber wenn du so eine kleine Produktion von diesen grünen Pflanzen hast, kannst du ja eigentlich jeden Tag ein bisschen Regen machen zu gewisser Uhrzeit oder jeden zweiten Tag sagen, okay, jetzt gibt es wieder Regen, eure Felder werden nicht vertrocknen. Ihr braucht nicht mal bewässern, diese Pflanzen werden quasi zum Selbstläufer, wenn du genug Anbaufläche hast, ihr müsst halt nur gucken, dass die Pflanzen da dahinter transportiert werden und gut ist. Aber komisch, dass es keine Tiefenheit gab, dafür, dass man die Mutter getötet hat. Aber ich verstehe auch, warum viele das Spiel nicht beendet haben. Es ist teilweise richtig frustrierend, wenn du halt nicht weißt, was du tun musst. Ich verstehe auch, was du hast, was du hast, was du hast. die sicht ist ein bisschen scheiße gerade liegt aber auch am regen aber es regnet noch mal weiter ok hier ich glaube das ding war hier drüben ich will bloß mal gucken ob da noch irgendwas ist ja scheiße jetzt drauf haben einfach ab gut ist auf nach süden und dann raus aus dieser hölle ja 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 tja projekte habe ich noch einige aber da muss ich mich jetzt erstmal da kann ich da sind erst mal deinstallieren und mich auf ein paar andere projekte die noch offen sind konzentrieren wie gesagt die zeit wird jetzt langsam immer knapper für mich darum wollte ich das gerade noch ein bisschen ausreizen dass ich in diesem jahr noch ein bisschen zeit habe vor allem das regnet halt auch nicht kurz das ist halt ein richtig langer regen das wundert mich nicht dass sie mit deren also mit den hilfe dieser außerirdischen wenn es wirklich welche waren oder besseren menschen so eine richtig schöne hochkultur erschaffen konnten das war wahrscheinlich alles mal richtig blühendes land hier und dann wird es halt wieder eine wüste wahrscheinlich war es vorher schon eine art wüste aber trotzdem oder die viecher haben einfach alles platt gemacht im laufe der zeit ich weiß nicht ob die auch pflanzen fressen die scheinen sich primär fleisch sie scheinen räuber zu sein aber vielleicht haben die auch pflanzen mit der zeit zerstört wäre natürlich ein geiles feature wenn jetzt wirklich alles hier so ein bisschen überlaufen wäre auch die oasen wenn die halt alle überschwänglich voll wären mit wasser aber ich glaube die haben wirklich nur für hinten dafür gesorgt dass der wasserstand gestiegen ist genau ich habe ein haus gefunden das war gerade eine sandtüne habt das gesehen wir haben die pyramide einfach drüber gesetzt über den sand ja warum aber auch nicht nichts wie raus hier ich nehme noch ein paar vorräte mit und um um dampf und wie ein shelter für den anfang weil ich sollte speichern für fall ist doch was blödes passiert meine fresse ich bin auf jeden fall vorbereitet was auch immer hinter diesem portal lauert ich glaube aber nicht dass da groß was ist ich glaube viele achievements fehlen mir auf jeden fall nicht aber ich glaube ich habe bei dem spiel lasse ich jetzt einfach den 100 prozenten aus auch wenn ich so was gerne bei vielen spielen machen aber es wäre jetzt auch möglich aber es ist vielleicht doch zu viel arbeit einfach für das was ich ja ich bin jetzt so wahrscheinlich wieder bei 80 prozent das reicht aber auch komisch dass ich nicht alle rezepte gekocht habe ich müsste eigentlich alles gemacht haben fleisch steak und alle suppen die es gab die ich gefunden habe ich habe ja alles frei geschaltet keine ahnung vielleicht gibt es noch ein abspann das ist natürlich nicht schlecht wenn es noch abspann geben würde so eine kleine geschichte die sagt hey du hast die menschen gefunden ok da haben wir die oase das heißt das ding ist irgendwo hier das war noch zeiten als ich angefangen habe mit der sportfeldflasche vorräte habe ich ein paar ja das spiel ist eine für sich schon cool aber es gibt halt so ein paar sachen die echt super nervig sind trotz allem ich hatte meinen spaß mit ganz ehrlich gerade am anfang ist ok anfang ist davon eigentlich nicht nicht groß zählen weil der anfang ist immer das schlimmste verein weil du freust dich halt einfach hey ist das neue ist alles aufregend ich kenne das alles noch gar nicht jetzt bin ich gespannt hier muss das sein sieht man hier was oh sieht viel versprechend aus und so i plunged into the deep fabric of space-time gliding through tunnels of stars far beyond energy and matter one was the way in but at the far end two were the portals for three are the connected planets i reemerged from a path no human had ever taken yet i had walked on it countless times before and there just 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 when i thought my journey was over my quest began so through space through space i had traveled to the place the green gods call home through time to an age when earth was young and the moon had no stains in that place in that place ten thousand parsecs northeast from our galaxy center of mass i met them and became one of them i knew their technology i i told them about a desert planet with two moons where the days are long and warm and i deal by them to seed and harvest the plant source of all our energy after years of scanning solar system after solar system we finally found it we made contact with the proto-humans who inhabited the arid planet we taught them about the leaf and they named us green gods i knew about the threat they were under a threat to their and my existence i knew the desert for i had passed its trial i knew its water reservoirs its flora its fauna its ways for many days i had survived under its scorching sun but unlike them i never called it home there back on the planet i escaped i finally understood i achieved clarity of mine this people's destiny and mine were intertwined i had seen it happen in order to have a future they had to live where i was born and i had to die where they were born here i had lived longer than any human who had ever lived learning things no person will ever know i had walked the surface of frozen planets and watched stars collapse over a silent sky but i had to die there on a fragile grain of sand floating in the universe and infinitely brief moment in the circular river of time i had to die to save all humanity i had to die to be born again town and that was only for three months the national savour 20 years ago i lost my heart because i was covered by being alto schleife gefangen wir waren die person die sich geopfert hat der fremde also im grunde war es so dass wir auf diesem planeten gelandet sind durch portal gereist sind die anderen typen gefunden haben und anscheinend in der zeit irgendwie zurückgereist sind und dann alles hier gegründet haben aber und er ist halt ewig alt geworden durch anscheinend diese grüne pflanze und dann ist er letzten endes der gewesen der das portal verschlossen hat und mit dem ding gestorben ist aber ich mag ich mag diese loops nicht bei futurama waren sie super war es irgendwie cool aber dieses einfache alles was du gemacht hast ist fast schon sinnlos weil es passiert wie das gleiche immer und immer wieder kann ich schnell durchlaufen lassen ja das war die spiele versuchen zu überleben ich gebe auch fortsetzen was passiert dann das spiel ist beendet und ich renne mal schnell zu ich weiß die geschichte an sich ist cool aber das ende hat mir überhaupt nicht gefallen gerade ich renne mal zur oase zurück und speicher und dann ist gut muss ich eigentlich gar nicht aber vor gespeichert ich würde einfach mal sagen das war let's play star sand und wir sehen uns bei unserem nächsten projekt macht's gut bei leute und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder